Hallo Leute, Leafstar hier und es geht wieder weiter mit Evoland 2. Wir haben wieder mal eine Zeitreise durchgemacht und finden wir uns jetzt in dieser Höhle wieder. Die angeblich vor Fallen nur so wimmeln soll. Oh. Okay. Die Musik hier ist wieder mal ziemlich episch. Holy moly. Ah. Ah. Ich glaube ich glitsche gerade ein bisschen herum. Bis sofort. Ah, meine Katze hat mich abgelenkt. Oh. 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 Und hier ist eine Chest. Oh. 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 Das sieht nach Postkampf aus. Okay, dann muss ich. So, Platz machen. Man, ist das nervig. Ich nehme Amara an, ich muss alle Skelette töten. Like this. Das erinnert mich schon wieder kräftig an Zelda. Nein, die Rücken erspinnen. Und ich sehe sie nicht einmal. Oh, das ist hier. Schaut irgendwie special aus. Es schaut wie ein geheimer Durchgang aus. Hm. Oh. Das sieht so ein bisschen aus wie die Phantom Knights. Okay, und wie komme ich da jetzt rüber, ohne zu sterben? Ich nehme mal an, es ist ein Insta-Kill, wenn ich da rüber. Stecke ich hier jetzt fest? Oh oh. Oder. Mach doch auch nicht viel. Ich probiere es doch, weil vielleicht habe ich dich schon mitig erwischt. Nö. Oh. Hier muss doch irgendwo irgendwas sein. Warte, bin ich gerade retarded. Aber da komme ich nicht dran. Ich habe keinen Bock. Nö. Oh. Oh. Darauf muss man aber auch erst mal kommen. Oh je je. Und wie geht es jetzt weiter? Oh. Frage beantwortet. Ich bin froh, dass ich die Viecher alle killen kann. Mit einem Insta-Kill. Es ist eigentlich besser, die Viecher auf einer zukommen zu lassen, als sie da zu jagen. Ist das ein Schalter? Ich check nicht ganz, was das da drüben macht. Das ist doch ein Schalter. Hatte ich ja doch gar nicht so recht. Dann weiter geht's. Los. In die Rüstung mit dir. Wieder herumwackelt mit den Teilen. Das Problem ist, mit der Rüstung kann ich dich nicht angreifen. Holy moly. Okay, lassen wir das. Einfach weiter. Okay. Die Platte ist anscheinend kaputt. Shit. Auf geht's. In der schweren Rüstung. Oh. Äh. Hä? Hä? ich stehe gerade ach so nah der hals ja wie komme ich denn hier durch wenn ich hier nicht und da kann ich ja nicht stimmen Blum! Nein. Entschuldigung! Oh. Okay. Oh, okay. Jetzt gehen die auch nicht mehr runter. Ich glaube, es steht uns mal wieder im Buskampf. Nein! Ein fettes Ressel. Nein, hier sind wir vorher reingekommen. Okay. Ha. Ich wusste es. Grüne Pumpe. Jetzt schaut sie noch gründiger aus. Das sind 3D. Okay, nein. Hier waren wir. Und hier hat sich jetzt dieses Floß aufgetragen. Wow. Das ist eine Schafskiste. Sie ist nichts. Und ich habe verfehlt. Hast du mein Leben? So. So. Ich habe das Gefühl, uns finden trotzdem noch immer die Passenscheine. Also, wir können dann wieder hier rüber. Wow. So. Und das bringt ja nichts. Ah. Ich gehe jetzt einfach mal in die andere Richtung. Oh. Wir sind Dusken. Arra. Ja. Ähm. Oh. 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 Du gehst von mir... Oh. 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 Ich glaube, den hat sich aber vorhin schon mal angefragt. Na gut, weiter geht's hier. Ah. Ah. Oh Gott. Äh, gib mir eine Sekunde. Das könnte ein bisschen dauern. Okay, der kommt hier hin. Und danach. Ja. Der geht dann hier rauf. Hier. Und dann? Ah, ist ja schon. Ah, gibt es doch noch? Ah ja. Ähm. Das war sehr rauf. So, jetzt. Puh, gelöst. Au. Was war das? War das auch, gell? Ah, das schaut kompliziert aus. Schon wieder. Okay, wer brauchen wir? Oder? Kann ich das wissen? Nein. Oh. Oh. Ach, hier kann man gut выступningen. Obwohl die Skelette, die ich schon verstehe. Neues Rätsel, Neues Grip. Zersperkin mit dir hier. Oh. Das war auch gleichzeitig des Rätsels Lösung. Die Frage ist, wie kriege ich das hier rüber? Oh. Nö. Nö, sonst wusste ich genau gar nichts. Ach, ich hätte mich jetzt einfach schieben müssen. Ach Gott. Sorry leider. Ja. Ich bin doch ein Spacken. Oh Gott. Nicht schon wieder. Au. Diese Viecher sind nicht so schlimm. Ich habe die Reflexe dafür nicht. Und ich kann die Kamera nicht. Wirklich. Oder sind Stacheln. Oh. Na gut. Aber ich glaube dieses Wasserrätsel halten wir uns für nächstes Mal. Und ich sage wieder mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst doch einen Kommentar da, wenn ihr was verbessern wollt. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.